Wir kommen schon zum letzten Stück des Abends. Ich schicke Sie mit einem Lied über den November nach Hause. Nicht so ganz passend. Vielen Dank fürs Zuhören. Tja, wenn jemand noch Fragen hat hinterher, kann er mich noch ansprechen. Tja, ich sag jetzt so oft, dass ich glaube ich lieber nichts mehr sage. Und ich will nochmal bedanken fürs Kommen und fürs Spielen. Und am Ende des Stückes würde ich gerne alle, die gespielt haben, noch einmal hier nach vorne bitten. Damit die noch einmal einen gesappten Applaus bekommen. Und am Ende des Stückes würde ich gerne. 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 Ein paar Tage. Und die muss ich gerne. Ein Tag. programmers, der 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 Herr. Ein Tag. Ein Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020